Mein Pferd, der Captain Morgan, der hat sich im November 2014 das Fesselbein gebrochen und der ist dann operiert worden, hat jetzt drei Schrauben in dem Fesselbein. Meine Tierärztin, die Dr. Melanie Brandt, hat uns damals die Ekusierdecke empfohlen. Mit der haben wir dann eben regelmäßig immer dann behandelt, jeden Tag zwei bis drei Mal. Dann bin ich im Mai 2015 das erste Mal wieder oben gesessen und habe wieder anfangen dürfen zu reiten. Und seitdem haben wir eben die Decke auch jeden Tag wieder drauf. Seit Ende 2015 ist er austherapiert, schmerzfrei, seitdem hat nie wieder irgendwas gefeiert. Er geht bis Klasse S und Junioren Grand Prix und ich habe schon einmal einen Landesmeistertitel holen können mit ihm und zweimal einen Vize und auch weitere viele Platzierungen holen können mit ihm. Dem Captain Morgan geht es jetzt Gott sei Dank wieder gut und ich kann die Decke wirklich nur jedem weiterempfehlen. Er geht bis zum nächsten Mal.